Hi, good to be you und willkommen. Hier ist wieder der Genkepi mit einem kleinen Infovideo. Ich weiß letzte Zeit war es wieder etwas inaktiv, das lag daran, ich musste auch einige Sachen für die Uni machen. Der typische, wir sind am Ende des Semesters, der Stress steht gerade an. Ich habe immerhin Assassin's Creed fertig hochgeladen, wenn ihr das noch mitgekriegt habt. Den nächsten Teil werden wir auch in beide starten. Momentan weiß ich aber nicht, ob ich die nächsten zwei, drei Tage dazu komme, was zu rendern. Aber dann wird es irgendwann die Woche, spätestens nächste Woche, geht es auf jeden Fall regulär weiter nach Planen. Diese Woche werde ich aber auf jeden Fall auch noch was hochladen, keine Sorge. Also eine langfristige Pause gibt es nicht, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Assassin's Creed 2 wird aber nicht auf den Sendeplatz von Assassin's Creed 1 fallen. Stattdessen tauscht das jetzt erstmal den Platz mit No More Heroes. Da können wir nämlich immer staffelweise die ganzen Projekte abschließen. Bei Batman Arkham Knight bin ich fast wieder an der Stelle, die mir gefehlt hat. Da denke ich, wird spätestens zum Ende der Woche erstmal die Folge, die ich noch hatte, auf Vorrat kommen. Dann diese Ersatzfolge, die ich gedreht haben muss mit dem Story-Abschnitt. Und dann kann ich endlich wieder auf meinen Archiv zugreifen. Bis dahin, freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und ich bin hier raus. Peace out.